Der Geschäftsklimaindex der Industriellen Vereinigung Tirol fällt im dritten Quartal 2023 von 19,5 auf 5 Punkte herab. Damit bestätigt sich die bereits im zweiten Quartal angekündigte Industrierezession. Die Stimmung in der Tiroler Industrie verschlechtert sich somit weiter und befindet sich auf einem zehnjährigen Tiefpunkt. Nur noch zehn Prozent der Industrieunternehmen bezeichnen ihre derzeitige Geschäftslage als gut, 56 Prozent als durchschnittlich und 34 Prozent der Befragten schätzen die aktuelle Geschäftslage als schlecht ein. Die aktuelle Konjunkturbefragung der IV Tirol bestätigt die Prognosen des WIFO und IHS. Österreichs Wirtschaft und dabei vor allem die Industrie und Bauwirtschaft stecken in einer veritablen Rezession.